Nachdem wir im letzten Part von Asterix und Oblex XXL 2 Remastered unglaublich verarscht wurden, ist Asterix jetzt auch von der Gerichtsverhandlung wieder da. Die Anzeige war natürlich instant raus. Ne, im Ernst, also wer das nicht gesehen hat, der kann sich das gerne nochmal angucken. Wo sich einfach so ein kleiner Drecksack hinter so einer Gitterwand versteckt hat. Und so, dass ich so dachte, ne, da könnt ihr mir gar nichts, dann habt ihr die Mission verloren. Danke unserem guten Kumpel Idefix konnten wir die Sache zum Glück doch noch retten. Und dann haben wir auch noch Versuchskaninchen Prozos ein weiteres Mal in seine Schranken gewiesen. Ah, ein paar Leben kann ich mitnehmen, ist okay. Ähm, der heult jetzt wieder in irgendeiner Ecke, bis er das nächste Mal rauskommt und wieder irgendwas Neues gelernt hat und uns damit beeindrucken möchte. Eigentlich will der bestimmt nur ein paar Freunde haben. Was meinst du, ob der das freiwillig gemacht hat hier? Cäsar hat ihn einfach als Versuchskaninchen ausgewählt, beziehungsweise seine Ingenieure oder was auch immer. Wissenschaftler. Aber, ob der das überhaupt will? Vielleicht ist das ja eigentlich nur so ein armer kleiner Kerl, der doch eigentlich gerne nur ein paar Freunde hätte. Tja. Die traurige Story des Prozos. Jetzt bald in ihrem Kino. Ähm, ja. In echt Farbe und 3D. So, ah genau. Ich wollte ja mal die Tornado-Kombo richtig zeigen. Also, ups. Äh, machen wir das einmal. Zack. Und dann sieht das Ganze so aus. Und wir können alle Römer da schön reinsaugen. Einsaugen. Und, äh, ausunahe nehmen. Und wenn man gerade frischte Gegner-Massen da hat, ist das natürlich echt praktisch. Apropos Gegner-Massen, die sind alle schon wieder weg oder was? Oh, gut, okay. Bewegen können wir uns natürlich auch. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man diesen X-Knopf die ganze Zeit hemmert. Ich mach das die ganze Zeit. Ähm, keine Ahnung, was das bringt. Irgendwas wird's bringen. Ist aber auch nicht so wichtig. Wir machen uns jetzt wieder raus aus dem Luxor. Denn wir haben im letzten Part das WCW, ähm, naja, eröffnet. Ich glaub, Cäsar ist damit nicht so ganz einverstanden, dass wir es jetzt schon aufgemacht haben. Aber, was soll's, ne. Wir sind hier die Parktester. Wir müssen da das mal überall mal durchgehen. Muss sein, muss sein. So, und deswegen begeben wir uns jetzt, äh, in die Höhle des Löwen oder so in der Art. Oder genau sein, in seinen Mund. Also rein da. Und nach der Ladezeit sehen wir, wie's weitergeht. Aber bitte nicht allzu lange laden, ja. Das wär schon cool. Hallo? Aha. Keine Zwischensequenz. Keine Zwischensequenz. Okay. So, auf das WCW hab ich mich schon relativ lange gefreut. Aha. Kriegen wir wenigstens noch eine kleine Einführung, ja. Ja, ja. Denn hier gibt's noch eine, naja, äh, einige sehr unterhaltsame Stellen. Und außerdem auch ein paar Kämpfe, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Weil die nämlich so als Herausforderung, ähm, naja, verpackt sind sozusagen. Da sind wir dann in so einem Stadion und können mal richtig auf den Putz hauen. Aber das sieht man dann alles gleich noch. Wobei ich sagen muss, dass ich die im Original auch cooler fand. Ah, ja. Eine Röhre. Unser Klempner muss ganz schön dick geworden sein, wenn wir so eine große Röhre dafür brauchen. Ei, ei, ei. So, wir sehen, die Römer, äh, haben mittlerweile ihre Rüstung und so weiter ein bisschen aufgerüstet. Ihre Speere sind ein bisschen gefährlicher. Und auch die Serturios sehen irgendwie ein bisschen grimmiger aus als vorher. Nicht mehr golden, sondern jetzt so einem, ach, äh, ja, grau, dunkelgrau. Es wird langsam kritischer. Ach, wir können die auch schon von hier füllen. Dann machen wir das auch einfach. Na komm. So. Alles gar kein Ding. Hallo. Danke. Was sagst du jetzt? Die können nerven, die Fächer. So. Ähm, hups. Eigentlich wollte ich nicht den Mario, der da oben steht, anvisieren. Äh, Pablo natürlich, ne. Äh, ich bleib bei Mario. Pablo ist irgendwie, äh. Ne, ne, ne. Na klar, können die ihn nicht Mario nennen, ist ja logisch. Aber, äh, nein. Für mich ist das Mario und das bleibt Mario, also wird es Mario bleiben. Fertig. Au. So, da haben wir das voll. Und die erste Tür ist offen. Ich hab nen Herzinfarkt, du mein. Ich hab nen Herzinfarkt, oh ey. Ich hab nen Herzinfarkt, du mein. Ey, bei der Musik, da muss ich einfach immer mitsingen. Ich weiß auch nicht. Es tut mir leid. Oha, da sind die drei Dolche, die ich irgendwann schon mal angekündigt hatte. Und den lassen wir uns nicht beirren. Oder vielleicht auch doch. Ich wollte die Helme, ah, ich wollte die Helme da oben einsammeln. Wow. Und der zerstört uns buchstäblich den Boden unter dem Hintern weg. Ähm, so. Zack. Kannst mich mal, Kollege. So. Ähm, gut. Jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Ich glaub, wir machen zuerst mal diesen kleinen Sidequest-Krimskrams. Äh, das ist jetzt alles rein, bonusmäßig, was wir hier jetzt gleich machen. Aber, was machen die denn da vorne? Machen die irgendwelche Exzessierübungen oder wie? Interessant. Wir machen dat. Was ist denn hier los? Ganz schön Action. Eindruckend, was? Das, Galia, ist die Zukunft. Cäsars Ingenieure haben ein ultraschnelles Nachrichtensystem entwickelt, das Nachrichten ultraschnell von einem Ort zum anderen übermittelt. Nur die ultraschnellsten Legionäre überbringen die Nachrichten. Aha. Und wie nennt ihr dieses System? Das Internetus. Oh. Internetus? Das Internetus. Dank dieses ultraschnellen Nachrichtensystems, das von den Ingenieuren von Cäsars entwickelt wurde, können Nachrichten ja. So, jetzt kommen wir auch gleich, also erstmal, klar, selbst das Internet wird hier schön auf die Stippe genommen, so muss es sein. Da ist, äh, eine Schein-Sprite, auch eine Mario-Anspielung natürlich, generell das gesamte Ding hier ist natürlich eine Mario-Anspielung, weil wir sind jetzt sozusagen wie in einer Jump'n'Run-Passage hier, alles ist an Mario angelehnt von der Optik und, äh, ja. So, ähm, ich hatte ja mal gesagt, dass dieses Logo, was da irgendwo in Lothetsia auch an einem Haus hängt, das, äh, Logo der Publisher hier, Mikroids ist. Ähm, ich hab das nachgeguckt und ich hab's schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Es ist auf jeden Fall so ähnlich, wenn's nicht genau das hier sogar ist. Es ist auf jeden Fall so ähnlich. Ich glaube, es ist genau das. Ähm, und eigentlich ist es natürlich in diesem Spiel das Logo fürs Internetus. Und jetzt in der Zwischensequenz hat man auch gesehen, dass es früher so ein, sowas ähnliches wie ein Ad eigentlich war. Das haben sie jetzt also hier im Remaster halt geändert. Finde ich, naja, bisschen schade eigentlich, weil man's mit dem Ad irgendwie besser erkennen konnte. Aber, wenn sich die Publisher hier auch verewigen wollten, dann ist das natürlich okay für mich. Von daher, was soll's. So, die Passage hier kann ein bisschen nervig sein, weil, naja, 2D Jump'n'Range, äh, 2D Jump'n'Run Passage im 3D-Stil. So, hier schalten wir den am besten schon vorher aus, damit der keinen Stress macht. Ich hoffe nur, dass das jetzt auch lang genug hält. Ja, tut's. Wunderbar, weil ansonsten macht der nämlich da echt Stress. So, Mario64 lest grüßen. ähm, von denen am besten nicht runterschieben lassen, das ist ungemütlich so, das da oben ist glaube ich auch der letzte Mario, der noch im Weg steht ich hoffe mal, dass der uns nicht ja, shit, wir haben natürlich keinen Idefix den wir vorschicken können, ist klar, weil der hier nicht mit hochkommt ah, der wird uns doch locker treffen so, wir müssen halt hier ein bisschen Zeit schinden ah, und dann angreifen jawohl, sehr gut ist da drüben noch einer? ah, shit, wir werden es nicht rausfinden jedenfalls nicht so nein, das ist keiner mehr sehr schön, dann haben wir es sogar auf den First Strike geschafft normalerweise brauche ich hier mal einige Anläufe hier oben sollten wir jetzt eigentlich nicht mehr runterfliegen mach vor allem den Mario weg, du der ist der gefährlichste der Rest ist alles kein Ding so, wer weiß was, wir überträten ja, wir sind schalter genau, da hat man das Ad gerade nochmal gesehen so sah es eben früher aus und jetzt haben wir überall, wo vorher dieses Ad war beziehungsweise, nein, nicht überall aber im WCW, überall in den Arenen, wo vorher dieses Ad war haben wir, äh, haben wir jetzt, äh, Zauber dran äh, gut, ihr kommt wieder das ist mir aber eigentlich herzlichst egal äh, ich spring hier runter so, und dann geht's da weiter und dann geht's durch die Röhre wieder zurück genau, das macht uns jetzt also einfach die Kämpfe ein bisschen einfacher weil einfach, einfach, einfach ist sehr schön das übrigens auch noch so ein Punkt, den ich am Remaster halt, ne bisschen doof finde dadurch, dass die halt die Original-Zwischensequenzen einfach eins zu eins übernommen haben und wirklich nichts daran geändert haben äh, sind halt auch die ganzen Texturen in den Zwischensequenzen noch die vom alten Spiel das heißt, wenn da irgendwas geändert wurde wie zum Beispiel jetzt dieses Internet-Auszeichen dann ist das halt einfach, äh, in den Zwischensequenzen nicht drin das ist halt irgendwie ein bisschen schade weil das dadurch halt einfach so ein bisschen, äh, unzusammenhängend wird aber hey übrigens hatte ich ja irgendwann mal gesagt, man kann Kombos nicht kaufen, ne ich hab Blödsinn gelabert, man kann Kombos kaufen nur im Original war es halt so, dass man die Kombos mit der Zeit freigeschaltet hat und zwar im WCW, nachdem man diese Mission frei gemacht hat egal äh, zerstörerische Aura wer hat das hier liegen lassen? diese Technik ist viel zu mächtig schaltet die Zaubertrank-Kombo elektrische Kugel frei ja, ich hatte immer das Gefühl eigentlich, dass der Tornado die coolste Kombo ist und die stärkste, weil es halt auch im ersten Teil so war oder da war es Tornado-Fusion, aber naja äh, aber hier ist, äh, eigentlich die Kugel auch ziemlich geil und vielleicht sogar ein bisschen geiler, wer weiß einen gibt's noch hier, Hinkelsteinregen, aber das haben wir jetzt noch nicht so, zerstörerische Aura ist, äh, A-X-B-A okay, also dasselbe wie beim anderen, nur halt ohne Y diesmal A-X-B-A mal schauen, ob ich mir das alles merken kann ups, äh, ja, spontan mal direkt den falschen Stoff gedrückt danke dafür also ich hab jetzt nicht probiert, Kombos zu führen, dass das nicht geht, weiß ich nur ich wollte eine Stampfattacke brauchen, hab in die Luft geschlagen ja, ey ne alles ist nicht so wild, da oben ist Schild und was sich reimt, ist immer wahr oder so in der Art also ich komm da gar nicht ran da waren wahrscheinlich Kisten, die ich zerstörte okay was soll's ähm, wir haben da drüben diese eine Passage freigeschaltet da gucken wir jetzt auch direkt schon mal rein denn da wartet die erste Herausforderung auf uns bei der wir erstmal richtig schön gefeiert werden na endlich zwei mutige Abenteurer, die keine Herausforderung scheuen die Sache ist ganz einfach ihr müsst die Römer eliminieren, bevor die Areda von der Lava überströmt wird sehr verehrte Zuschauer bitte die Nasen zuhalten es wird gleich nach geschmortem Gallier riechen Brot und Spiele so und jetzt wird also Kombo hier echt helfen zack wir machen die Kugel und laufen damit einfach mal ein paar mal bis Spielfeld wir sehen da links einen Counter und der geht runter, runter, runter so, die Kugel wird immer größer, desto mehr wir da drauf hämmern also logischerweise auch gefährlich, ja und wir haben's auch gleich schon da links ist der Timer der war im Original übrigens noch mit einem Dynamitfass, hab ich glaube ich auch schon mal erwähnt was ich besser fand weil's da halt ein bisschen vom Stil her besser passte aber das sind generell so Dinge auf die werde ich in dem Fazit nochmal eingehen, wenn die Credits dann laufen und da werden wir das Spiel mal schön auseinanderpflücken wie gesagt, es macht mir durchaus Spaß aber es könnte halt einfach an einigen Stellen besser remastered sein so, wir sehen, die Lava steigt jetzt fällt sie wieder, weil wir haben's geschafft genau, jedes Mal wenn man so eine Herausforderung geschafft hat dann kriegt man auch ein Diamant-Time dafür das heißt, die Diamant-Time im WCW sind eigentlich echt einfach das erklärst du mir jetzt ja, äh, ich spiel das Spiel jetzt mittlerweile schon ein bisschen und eigentlich sollte ich das rausgefunden haben aber, okay gut ja, ähm man merkt nicht so wirklich viel davon, dass wir den schweren Modus spielen weil naja, seien wir mal jetzt ganz ehrlich so schwer war dieser Kampf jetzt nicht aber, okay man muss ja auch nicht bei jedem Kampf sterben, ne ist ja schon in Ordnung und ein bisschen im Bedrängnis kommen werden wir wahrscheinlich später noch weil es gibt nämlich, äh du nervst weil es gibt nämlich, äh natürlich nicht nur solche Kämpfe sondern es gibt auch andere Art von Kämpfen mit anderen Waffen zum Beispiel aber das sehen wir alles noch so diesmal schalte ich dich am besten vorher aus oder halt auch nicht aber den da drüben könnte ich wohl immer ausschalten so ähm oh, das kann ich da ernst sein er hat mich ernst noch erwischt ich weiß nicht genau, ob man auch gleich von Teller zu Teller springen kann das könnte funktionieren ich bin mir aber nicht ganz sicher hm gut, dann weißt du was ziehen wir diesmal auf den da nein, nicht auf den du Lappen ich hab's ne, ich hab nicht zwei getroffen das kann doch nicht wahr sein ey, weißt du gerade im Battle richtig Gas gegeben richtig gezeigt, wo der immer hängt und jetzt jetzt so eine Aktion hier das kann doch nicht dein Ernst sein also, komm diesmal nein, nicht den da hinten oh Gott also nur so man kann immer auf dieser Schräge festhängen nicht mehr springen ich hätte jetzt nichts mehr machen können ich war auf jeden Fall weg gut ähm ja, das läuft ja super ne, man kann nicht von Plattform zu Plattform auf gar keinen Fall so wir machen das diesmal so und so und jetzt passt das auch so, jetzt lassen wir uns von dir hier nicht verarschen von dir auch nicht ich mach mal gleich weg so muss man's halt eigentlich echt machen weil ansonsten hat man immer die Gefahr dass man für den Kalk macht so, hier der letzte der ist mies weil von dem darf man sich nicht verarschen lassen hier gegen die Wand rammen ist gar kein Problem aber in die andere Richtung wird's halt schmerzhaft so da muss man nämlich den ganzen Scheiß nochmal machen ha 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 so Belegzaut ins Leere okay au wow gut nächste Herausforderung ich bin nie drauf gekommen ob wirklich Cäsar ist der da oben zuschaut oder ob es einfach nur irgendwer ist der da in der VIP-Lounge sitzt gar kein Ding gar kein Ding gar kein Ding Brot und Spiele Brot und Spiele auf geht's so Zaubertrank her Kugel aufbauen ab die Party ich sag ab geht die Party und die Party geht ab ups hat auch klappt die Kugel ich dachte ich hab jetzt ein Tornado ausgeführt passt schon so 100 irgendwas Gegner ja vorhin hab ich gesagt es wird noch mehr als nur normale Kämpfe geben ähm wird es auch allerdings ist das jetzt hier noch der zweite Normalkampf normal in Anführungsstrichen oh ich sollte den Kontroller auf den Tisch hochgeben ansonsten vibriert der ganze Tisch so schön damit haben wir auch nur noch 40 von den Römern übrig die kann man jetzt auch noch ganz ohne Probleme so erledigen so ähm früher hab ich mir auch manchmal äh Spaß draus gemacht das alles so zu machen ohne Zaubersrank aber es dauert halt einfach nur länger und naja so äh da sehen wir schon neue Gegner es ist jetzt der keine Ahnung fliegende Mario weil der hat ähnliche Farben aber es ist kein Mario es ist irgendwas anderes weiß ehrlich gesagt nicht der ist bestimmt auch eine Anspielung an irgendwen aber zugegebenermaßen weiß ich nicht an wen macht sich auch nichts so schlimm wir legen den einfach rum dann ist es in Ordnung so äh das Schöne ist die werfen Bomben auf uns aber damit können sie auch ihre Kollegen sprengen oder sogar sich selber wenn sie erstmal am Boden liegen von daher sind die oft auch eher hilfreich als gefährlich tatsächlich so die machen die alle weg das Mies an denen ist halt das Fliegen das heißt man muss immer hoch springen um die Zervischen aber es ist eigentlich mit der Schrammfertakt oder so auch kein Problem wir könnten uns mittlerweile sogar wahrscheinlich schon wieder einen Zaubertrank holen nein doch ich dachte es wieder aber für die paar Gegner ist es eigentlich auch egal so na komm na komm also die Bomben haben immer einen Timer wenn sie hochgehen ne apropa Timer wir haben diesmal keinen Timer wie lange wir Zeit haben die zu besiegen interessant so man sieht noch die Zaubertrank Explosion okay schick Fußball Arena warum Fußball äh also früher hießen die Dinger auch einfach nur Herausforderung 1, 2, 3, 4 sehr kreativ ja aber warum heißt die Fußball Arena egal jawohl okay Asterix ist irgendwie gerade weg glaube ich egal ähm ich weiß nicht warum ich das gerade mache ich hatte noch Zaubertrank deswegen warum nicht wir nehmen noch ein paar Kisten hier mit natürlich kann man die so auch zerstören ne ist klar so springen können wir auch noch von daher warum nicht wunderbar wunderbar so ähm ich glaube hier gibt es ansonsten auch tatsächlich nichts mehr wobei eine Postkarte müsste uns noch hier irgendwie fehlen oder ich glaube hier müsste irgendwo eine Postkarte rumfliegen schauen wir ganz kurz nach ähm Krieg des Internettos Larry Crafts Geburtstag Arena in Flammenfußball okay wir haben noch keine Postkarte ja dann müsste hier glaube ich irgendwo eine Postkarte eigentlich sein okay Methusalix Prüfung haha au ich war gerade beschäftigt man ja doch hier ist auch eine ähm eine Postkarte und ich erinnere mich glaube ich auch wo sie ist nämlich auf der anderen Seite bei der Statue bei dieser hier nein ist sie nicht okay äh verdammt irgendwo hier war eine Postkarte da bin ich mir sehr sicher ähm gut da das Suchen ja relativ langweilig ist würde ich sagen wenn es mir jetzt nicht gleich irgendwie wie Schuppen von den Augen fällt dann cutte ich das hier einfach raus und wenn ich hier gleich irgendeine Postkarte rumfliegen sehe schneide ich es natürlich wieder rein und ansonsten sehen wir uns dann gleich wenn es weiter geht da ist sie doch war ich nicht genau da als ich gesagt habe hier müsste irgendeine Postkarte sein doch ich glaube schon naja im Moment habe ich mein Gedächtnis nicht betrogen ich wusste dass da eine ist ist doch schön ich wusste nicht mehr wo sie war und ich habe sie nicht gesehen wo sie genau da auf dem Weg rum lag gut ähm naja kann passieren sollte nicht aber ist okay ja wir haben noch ein bisschen Zeit um weiter zu machen also warte verdammt ich glaube hier sind wir falsch hier waren wir auch schon oder naja klar waren wir hier schon nein scheiße lass mich raus ernsthaft nein was als ob ich das jetzt nochmal mache muss weil ich in die falsche Tür gegangen bin ah nee oder ja ich würde sagen dann schneide ich auch das hier ganz kurz bis das Ding hier fertig ist das dauert zwar nicht so lange aber das muss man ja jetzt irgendwie auch echt nicht zweimal sehen ey das gibt es doch gar nicht was passiert auch nur mir oder das kann einfach nicht wahr sein also ähm bis gleich so ach guck dafür bekomme ich jetzt Helme weil ich das nochmal gemacht habe ja gut ähm ich habe es geschafft wir bekommen Helme zur Belohnung dass wir es nochmal gemacht haben oh man ey und dann hier schnell wieder raus naja beim Publikum noch ein bisschen beliebt gemacht ist doch in Ordnung so die Tür die ich natürlich eigentlich wollte ist äh ist er ist er ist er die da hinten oh man ey gibt es doch gar nicht so was gibt es einfach nicht kann einfach nicht wahr sein weil nicht kann sein was nicht sein darf oder so in der Art Cake würde man sagen ist eine Anspielung an Quake aber wer weiß schon wer weiß schon so auch die da kommen mir irgendwie bekannt vor von irgendwo aber ich bin mir nicht ganz sicher hätte ich gesagt woher man kennt das irgendwoher aber na ich bin mir nicht so sicher woher so äh hier hinten daran nach habe ich beim ersten Mal eine ganz schöne Zeit lang gesucht ist eine Postkarte merkt man sich wenn man sie einmal nicht gefunden hat sieht jetzt gar nicht so schwer aus vielleicht aber ich habe es nicht gesehen beim ersten Durchspinnen ich bin hier die ganze Zeit durch die Gegend gerannt und ich habe es nicht gefunden naja so wir sehen hier schon jede Menge äh Knöpfe die müssen wir alle mal hallo drücken danke da sehen wir eine von vier Fackeln brennt das heißt wir brauchen noch ein paar Knöpfe und äh ja die finden wir hier zum Beispiel das ist der zweite da habe ich auch irgendwann mal lange nach dem vierten gesucht ich weiß nicht warum ich glaube der war eigentlich gar nicht so schwer dachte ich aber who knows ok mh was wir auch noch wollen ist hier hoch hopp da ist noch ein Schalter den brauchen wir der geht glaube ich auch auf Zeit wenn mich nicht alles täuscht oder auch nicht ah ich weiß es nicht genau ist auch nicht so wild auf jeden Fall springen wir damit jetzt hier einmal quer durchs Gemüse und kriegen noch ein paar Helme und am Ende glaube ich ne keine Postkarte nur Helme ok und ja der Kram ging auf Zeit ich krieg mein Herzinfarkt oh eh ja es tut mir leid es tut mir leid aber die Musik du immer wieder immer wieder so dritte Fackel hübsche Farben haben sie da rausgedruckt sehr hübsch sehr hübsch und die vierte war hier an der hinter der Kiste glaube ich nein nein äh dann da hinter der Kiste ah ja dort hinter der Kiste oder äh nein ok dann äh hier ah ne hinter dem Automaten ok gilt auch so wunderhübsch wirklich schön das Feuer hat was so da geht's weiter dafür haben wir auch noch theoretisch Zeit wobei das ist eine Herausforderung die dauert ein bisschen länger glaube ich ähm wir machen mal das ich glaube das geht ein bisschen schneller so natürlich hier die Devise sich mhm sich nicht von den Fässern treffen zu lassen wir machen wieder einen auf Donkey Kong beziehungsweise ouch eben nicht Donkey Kong ouch au eieieieiei also später gibt's sowas übrigens mit nem Zeitlimit das heißt äh wir sollten sag mal bin ich irgendwie besoffen ich hoff's nicht es kann nicht dein Ernst sein ich bin grad echt zu blöd dafür ich geh hier wahrscheinlich gleich game over ah danke ja wir sollten das ganze jetzt üben wo wir die Zeit dazu haben weil wie gesagt später mit Zeitlimit und so weiter eigentlich ist es auch nicht so schwer dachte ich aber offensichtlich ähm ja nein offensichtlich bin ich gerade nicht so in äh Topform naja was soll's wir haben's wir sind's ganz oben und springen hier wieder runter mit dem Flammensturz Flug super Angriff Kombo das was auch immer was verdammt und äh genau machen damit Platz zu neuen äh Wegen Möglichkeiten Felten whatever und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz shoppen der wird mich gleich treffen sobald ich wieder rausgehe aber was soll's ähm ach sogar zwei oh verdammt so viel Geld hab ich gar nicht okay dann müssen wir uns jetzt entscheiden was wir nehmen das ist ja fies also wir haben einmal aus dem Handgelenk diese Römer werden von Tag zu Tag flexibler unglaublich der Peitschenangriff kann sechsmal mit demselben Römer das ist schon das ist schon gut die Peitsche mach ich schon gerne normalerweise hat man drei jetzt sechs ist schon stark ansonsten haben wir das römische Katapult das Herumwerfen und Schmettern von Römern ist euch zur Gewohnheit geworden von Schockwellen erfasste Römer werden mit 50%iger Wahrscheinlichkeit betäubt auch geil aber ich glaub das ist besser hier das ist doch 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 das machen wir sechsmal Peitsche ist schon gut ach guck hier zwei Leben mhm können wir uns auch nicht mehr leisten ich sag's ja später wird man Geld brauchen ja hab ich doch gesagt hab ich doch gesagt Larry Craft hm der kostet auch gleich mal einen Tausender ja ja bulliger Metaphanrömer fliegender Römer der ist einfach nur fliegender Römer woher kennt man den denn da den kenn ich aus irgendwas ist es Inspektor Gadget vielleicht irgendwie eine Anspielung da drauf das könnte sein das könnte sein aber wer weiß ich weiß es nicht ähm ja au 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 ja da müssen wir ordentlich sparen noch ein bisschen würde ich sagen und damit fangen wir auch gleich an indem wir hier den ganzen Kram einsammeln und dann stelle ich mich mal hier oben hin wo ich hoffentlich nicht getroffen werde hier übrigens die Kameras am Boden ne äh doch ich werde hier auch angegriffen kann ich mich hier wenigstens verstecken ja die haben da zwar einen kleinen Zitteranfall aber das passt schon okay ja dann würde ich sagen verstecken wir uns hier so lange bis der nächste Part beginnt ich hoffe ihr lasst einen Daumen bei diesem da habt gerne zugesehen und dann sehen wir uns beim nächsten wieder bis dann und ciao wenn ihr jetzt direkt noch ein Video sehen wollt findet ihr das oben rechts in der Ecke direkt darunter könnt ihr zu einer Übersicht aller Videos dieses Projekts gelangen solltet ihr Lust auf noch mehr geile Projekte haben könnt ihr das Video gerne positiv bewerten und auf der linken Seite ein kostenloses Abo dalassen ci Mal an neben im im тобo im